ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ein paar Sachen haben die jetzt schon noch reingeschmissen Das war eine Dollar Aber so ein Pott kriegst du nicht wenn du mit 130 Dollar reinkriegst Kriegt dann so einer Pfff 94 Dollars Souvenir clock 18 Rektor Factor New Noob for other Lass mal den hier rein Oh die clock alter Ja man alter Factory New Reactor Bento schon drinnen mit 3 Dollar Ja einer muss ja low abdecken Oder 2 müssen die So wenn einer von uns Wenn wir schon low gegen low verlieren dann wenigstens gegen die eigenen Leute Ich schwöre wenn ich da nicht reinkomme dann kacke ich den auf den Tisch Mann Ja man Guck mal der Big Iron ist da Aber das ist trotzdem voll der Pender Pot alter Ah ist das voll gut Der wird glaube ich auch noch Der wird glaube ich noch eskalieren Wir wollen jetzt alle die clock Dennis wann soll ich reingehen Ich hab voll das mad feeling Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Jetzt Jetzt Okay Stopp hast du mehr als 5 Items Nein 1 So dass der Timer anfängt weißt du? Okay du bist Ich seh schon Oh Fades Nico du musst spätestens jetzt Ich hab Schandal durch mein Feind Easy So ein schöner Pot Du musst jetzt nur ein Hund gerinnen Oh wo bleibt Nico Ja man nice Oder die Bohne Ja man Oh Oder Slyty Fades ist viel schlimmer Der der über dir ist Oh nein man Bitte 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 Ja 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 WTF Und ich bin nicht wieder Ich bin Ja man mit 10% wieder Nicht mal ich so mit dem Knife Scheiß drauf Gefret 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 Ja man erstmal hier so ein Donut reinposten Er hat's einfach der Bauer Der Mento hier reingeworfen Gefret 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 Alter Da war ein Feierschwengel drin Gefret 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 Bis zum nächsten Mal.